Hey, herzlich willkommen zurück zu What's Hot. Passend zum World Ocean Day zeige ich euch heute Produkte, die mehr können. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, welche Produkte dabei sind und was sie so alles können, dann bleibt dran. Wie im Intro schon erwähnt, ist das heutige Video an den World Ocean Day angelegt. Das heißt, heute dreht sich quasi alles rund um das Thema Meer. Und das wollte ich natürlich auch in den Produkten wieder spiegeln. Deswegen gibt es heute Produkte, die zum Beispiel Meeresbestandteile beinhalten, wie beispielsweise Algen oder Meerwasser oder thematisch eben super zum Meeresthema passen. Und wir starten direkt mit dem ersten Produkt und das kommt von BioTherm. Und zwar ist das das Life Plankton Essence Feuchtigkeitsserum. Und zwar handelt es sich hierbei um einen beruhigenden ersten Pflegeschritt in jeder BioTherm-Routine. Und zwar ist das ein absolutes Beauty-Must-Have, nämlich die Life Plankton Essence, die eben die sichtbaren Zeichen der Hautqualität verbessert zum Sehen und auch zum Fühlen. Hier steckt eben auch das bewährte Life Plankton drin und das hat eben eine super interessante Entstehungsgeschichte, die ich kurz anreißen werde, aber die ihr bestimmt auch nochmal ein bisschen intensiver nachlesen könnt, wenn euch das Thema interessiert. Der Kern ist quasi, dass man in den Quellen bzw. in dem Thermalwasser der französischen Pyrenäen eben das Life Plankton gefunden hat. Das war quasi an der Oberfläche des Quellwassers und diesem Quellwasser wurde schon immer nachgesagt, dass es eine heilende und beruhigende Wirkung hat. Und da wurde dann immer weiter geforscht, bis man eben das Life Plankton gefunden hat. Und das bereichert eben auch diese Essenz und hilft eben dabei, dass sie eine sehr beruhigende Wirkung hat. Sie sorgt eben für strahlende Haut, straffe Haut, feine Linien werden gemildert und sie hilft eben auch der Regeneration der Haut. Und deswegen solltet ihr euch die auf jeden Fall mal anschauen. Und auch das nächste Produkt macht sich diese besonderen Eigenschaften des Life Plankton zunutze. Und zwar ist das auch von Bioterm, die Life Plankton Eye Cream. Dabei verbindet diese Augencreme hier eine hohe Konzentration von Life Plankton, von dem ich euch ja gerade ganz viel Tolles erzählt habe, mit einer kräftigen glättenden Formel. Und das Ganze hat eben eine gelartige Textur. Und wenn das eben aufgetragen wird, werden eben Augenringe und Schwellungen sichtbar reduziert und auch feine Linien wirken gemildert. Und das sorgt eben dafür, dass die gesamte Augenpartie einfach straffer, gefestigt und widerstandsfähiger erscheint. Passend zum heutigen Videothema macht sich das nächste Produkt vor allem Meerwasser zunutze. Und zwar kommt das von Hildegard Braubmann und das ist eben das Meerwasser Tonic. Dabei macht sich dieses Produkt vor allem die Kraft des Meeres zu nutzen, denn in den Inhaltsstoffen stecken beispielsweise Meerwasser, Algen, Extrakte und Mineralstoffe. Und die sorgen eben dafür, dass die Haut geklärt wird, geschützt wird, gereinigt wird und dass eben auch ein groß puriges Hautbild verfeinert wird. Die Frische des Ozeans wird insbesondere durch unser nächstes Produkt wieder gespiegelt. Und zwar gibt es jetzt noch einen Duft und zwar auch für die Herren. Und zwar möchte ich euch gerne Cool Water von Davidoff vorstellen. Und zwar vereint dieses Eau de Toilette hier belebende Aromen mit Maskulinität und Abenteuerlust. Das Coole an diesem Duft ist vor allem, dass er den rauen Ozean mit Eleganz vereint. Und das geschieht beispielsweise durch die Inhaltsstoffe, die hier drin stecken. Hier findet ihr beispielsweise Lavendel, Rosmarin und Moschus und das sagt eben dafür, dass der Duft zum einen super maskulin wirkt, aber gleichzeitig auch noch einen tollen frischen Kick gibt und deswegen ist das auch ein richtig cooler Duft für den Sommer. So, das waren jetzt alle Produkte. Ich hoffe wie immer, dass sie euch gefallen haben. Ich habe sie euch nochmal alle unten in der Infobox verlinkt, falls ihr sie nachshoppen möchtet. Ihr könnt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich den Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Ciao!